Hallo YouTube! Schön, dass ihr dabei seid. Eine weitere Freude als Hesseländer Sancti eine Sancti! Düzen Nummer 9 Aber außer Fall ist ein Öl, das heißt Düzen! Düzen! Danke, dass ich auch noch was sagen darf. Ja, meine Lieben! So ist es halt, wenn ihr kurz einmal eben den Mund zuhält. Gut, so. Ja, wir sind bei Türchen Nummer 9. Und, Luca, wir haben was vergessen. Was? Denn wir hatten ja eine Umfrage am Laufen, richtig? Ja. So, die nehmen wir jetzt ganz schnell mit rein, denn wir haben ein Ergebnis dazu. Ja, ich bin weg. Warum ich auch immer weg bin. Egal. Aber er knudelt. Ah! So. Ähm. Ja. Ihr merkt, da kommt gerade was, was es bringen soll. So. So. Jetzt gehen wir mal ganz schnell hier in unser... Dings. Studio. So. Und dann gucken wir uns mal die Kommentare an. Denn, wir haben euch ja gefragt bei unserem Traktor, ob ihr das mit dem Schmutzfänger vorne wollt oder ohne. Und ihr habt gestimmt. Das ist eure Entscheidung. So. Und dieser fügen wir uns. Und zwar ist es so, dass wir von euch zu hören bekommen haben oder zu lesen bekommen haben, dass ihr das mit dem Fängern wollt. Also mit den Fängern. Ich auch. Und die werden wir dran machen. Heute. Und natürlich, wir werden das Törchen öffnen. Das Tütchen. Richtig? Ja. Dann würde ich sagen, du holst das Tütchen. Und dann legen wir doch einfach mal los. Ja. Und ich mache euch die Kamera an. Dann. Okay? Ja. Dann auf geht's. Ja. Meine Freunde. Tut mir leid, dass er so viel flackert. Ja. Die hören nicht so weit oben. Ich werde jetzt schon mal hier einmal was abknipsen. Das haben wir nämlich nicht gemacht beim letzten Mal. Da. Und. Und. Er ist schon. Mama hat mir zuhäuse. Das war sie so weit oben. Oh Mann. So. Ich habe hier schon mal was abgemacht. Das haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen. Ne? Okay. So. Und dann kommst du mal wieder hier hin. Schwuppdiwupp. Hopp. Einmal wieder rum. Ach. Entschuldigung. Ja. Hier ist die halbe. Wie wir das letzte Mal gebaut haben. Genau. Darf ich die Kamera? Oh. Hat der Papa die Kamera vergessen? Ich eigentlich nicht. Ja. Mach's doch beim nächsten Mal. Okay. Versprochen. Nein. So. Heute. Jetzt machen wir. Wir machen jetzt erstmal vorne das Teil dran. Was ist jetzt davon? Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Oh. Doch. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Ähm. Wir müssen mal die richtige Seite aufschlagen. Und dann kümmern wir uns um die Neun. Okay? Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das hier hinkriegen. Hassi. Ich guck doch, wo die Neun ist. Ja. Dann guck du, wo die Neun ist. Hier. So. Ah. Da ist die Neun. Der Papa muss jetzt mal gucken, wie das hier gebaut wird. Da. Da ist die Neun. Da. Da ist die Neun. Warte. Da ist die Neun. Leute. Ich hab die Neun gefunden. Okay. Du hast die Neun gefunden und ich versuche jetzt mal hier. Und da ist die Schere kaputt. das mal rein zu machen. Ja. Das war ja auch das Video. Ja. Aber. Äh. Du. Duat die Eidamen nach oben. Der alte Duat her Schöpfen. Und da ist das auch mal noch drin. so sieht es aus. Jetzt bist du da. Ich glaube, wir bleiben immer noch da. Also irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt bleiben wir beide. Hab ich den? Nö. Also der kommt ja von unten dran. Ja. So. Aber ich weiß, was der Papa gemacht hat. Das war nicht ersichtlich. Und zwar muss der Papa das Teil hier einmal drehen. Sonst kann man das nicht befestigen. Ah, so. Morgen kommt der Osterhase, heißt das, oder? Nein. So. Wie kommt das jetzt drum? So. Einmal da. Und einmal da. So. Und jetzt muss man das ganze Teil hier einmal drehen. So rum. Und dann. Und dann. So. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. So. bleiben so das sieht doch schon viel besser aus hier ja so ja die machen wir jetzt auch gleich mein hase könntest du noch einen kurzen moment warten damit doch der papa muss aber gucken wie das da unten dran gemacht wird doch oh oh m m m das ist es jetzt hier m a ma La, La, Ma, die ich irgendwie... Was machst du doch? Was ich hier mache? Weiß ich doch. Wom fragst du denn? Keine Ahnung. Oh, da ist noch zwei Teile drin. So. Na, blätter schon mal um. Und ich muss schon mal die Sachen raus. So, meine Lieben, da ist er. Mit den Fendern hinten dran. Was ist denn? Sieht doch schon mal sehr nice aus, oder? Ja. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Nummer 9. Da ist das Tütchen. Da ich brauche hier eine Teare. Da bin ich. Nee, brauchen wir nicht. Doch. Papa hat das gestern auch aufgekriegt, oder? Nö. Habe ich wohl. Nö. Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Nö. Ja. Ja. Habe ich gehört. Hüppern. Hüppern. Sind wir auf dem Ziv. Und dann kommt die Hüße. Hallo. Ich über alles verraten. Mach ich dort zehn. Oh, was haben wir noch? Ja. Jetzt haben wir das Differential. Ich mache es. Wir gucken zusammen, wie das zusammen muss. Okay? Ja. Ich war das ja nötig. Meinst du? Ja. Du auch, oder? Ja. So. Hier. Druck mal. Drücken. Super. So. Das war die Achse. Hetzbar 40. 440. Das war die 44 und die 45. Weil das genau die beiden Teile sind. Oh. Das heißt, wir haben jetzt hinten die Achse mit dem Differential zusammengebaut. Und wenn wir das, das haben wir jetzt fertig. Und dann wird es in den nächsten Tagen, jetzt in den nächsten zwei Tagen, an die Hinterreifen gehen. Ja. Ja. Also morgen, übermorgen sollte dann wieder ein bisschen mehr kommen. Und dann bauen wir die Achse hier zusammen mit dem Getriebe. Und sobald das dann fertig ist, geht es dann dran, dass wir die Hinterachse mit den beiden Rädern zusammen bauen mit dem Chassis. Ja. Meine Freunde, das war es aber auch schon wieder von dieser Folge mit dem Adventskalender. Ihr seht es. Ja. Über Lukas Kopf. Über Lukas Kopf seht ihr es. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, die Glocke zu aktivieren. Und acht dir ein Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis da hin. Da hätte Leute und Luther. Bis bald. Tschüss! Ciao!